Liebes Publikum, liebe Himmelstatter, als mich vor einem Jahr ungefähr die Frau Heimat Ingrid angerufen hat, ob ich mir vorstellen könnte, dass Jenny und Ming heute spielen, habe ich mich riesig, auch der Karl-Heinz, wir haben uns ganz arg gefreut, dass die Organisatorinnen und die Organisatoren an den ortsansätzlichen Künstlern gedacht haben. 1200 Jahre Jubiläum, ich bin fast 30 Jahre in Himmelstadt, mein Herz ist in Himmelstadt. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Und eigentlich gab es das noch nie so viele bekannte Gesichter auf einem Haufen in unserem Konzert. Schön, dass ihr alle da seid. Ich meine, wir haben hier 1200 Jahr Feier, eigentlich mal so ein Geburtstagslied zu singen, oder? Alle zusammen hier im Saal? Ja, finde ich gut, finde ich gut. Zum Geburtstag, viel Glück. Tag, viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, liebes Himmelstadt. Zum Geburtstag, viel Glück. Ja, unser Programm heißt Verspielt. Ein schöner Titel, wie ich finde, weil er so schön vielschichtig ist. Verspielt man sich in der Klassik, ist es gleich ein Fehler. Verspielt man sich im Jazz, schon hat man improvisiert. Musik 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 Thank you, Shah. Thank you. And um. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.